Bitte schön, Herr Kollege. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Herr Ministerpräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir Freien Wähler haben dieses Thema von Anfang an, glaube ich, sehr fair begleitet und haben gesagt, klärt erst mal auf, wir wollen nicht zu schnell mit Schuldvorwürfen in die Arena steigen. Aber was sich heute hier abzeichnet und auch die letzten Wochen aufgebaut hat, das spottet jeder Beschreibung. Meine Damen und Herren, so können Sie nicht weiter tun. Die CSU ist dabei, den Agrarstandort Bayern zu beschädigen, den guten Ruf Bayerns als Feinkostladen. Europa sind wir mal losmarschiert, Herr Agrarminister Brunner, und wir sind jetzt angekommen bei einem Kabinett der faulen Eier. Herr Kollege Aiwanger, muss das sein? Ich muss hier ganz klar feststellen, wenn ein Redner der CSU hier Hühnerkopf sagt, es kommt auch woanders mal vor, dass es ein paar Tote gibt und hier sich gar nichts dabei denkt, wenn es dann heißt, es wären 2014 ja schon irgendwo die Ereignisse gewesen, aber man hat das nicht mehr so im Kopf. Wenn eine Firma Polmann, die mit Sicherheit kein unbeschriebenes Blatt ist, eine Eierproduktion in Bayern von irgendwo 25, 30, 40 Prozent, was auch immer, abdeckt, dann muss sich dort ein sehr viel größeres Auge drauf haben, als sich damit zufriedenzugeben, dass die Kontrolleure vor Ort schon funktionieren würden und dass ein Großteil der bayerischen Eierproduktion dann eventuell durch einen korrupten Veterinär irgendwo ins Gute oder ins Negative gesteuert werden kann. Das ist fahrlässig, wie Sie mit dem Agrarstandort Bayern umgehen. Das muss sich hier so feststellen. Meine Damen und Herren, wir fordern hier wirklich die volle Aufklärung und die müsste längst ein paar Schritte weiter sein, als zu sagen, dass wir Ende Januar wieder einen Bericht bekommen, wo wieder ein paar Zeilen juristisch geprüft hier verlesen werden. Sie verspielen hier sehr vieles. Sie verspielen das, wofür viele tausend kleine mittelständische, ja, in der bäuerlichen Landwirtschaft Tätige seit Jahrzehnten arbeiten für eine Qualitätsproduktion für den Ruf Bayerns nach außen. Das wird hier durch stümperhaftes Regierungshandeln in wenigen Wochen beschädigt. Und das Wort Bayern-Ei wird vielleicht über Wochen, über Jahre, über längere Zeit als Volksbelustigung außerhalb Bayerns in die Anale eingehen. Man wird über Bayern spotten wie damals über die Landesbank, wenn Sie hier nicht sofort den Schlussstrich ziehen unter dieses Theater. Meine Damen und Herren, und in diesem Zusammenhang erlaube ich mir auch, die anderen Sünden der CSU-Agrarpolitik in den letzten Monaten zu benennen. Wenn eine CSU im Agrarausschuss, um die Bauern einzulullen, der Übernahme von Tengelmann durch EDK ablehnend gegenübersteht, wohl wissend, dass der entscheidende Spruch dann im Wirtschaftsausschuss kommt, wo man dann dem zustimmt, um gegen den Willen der bäuerlichen Landwirtschaft eine weitere Marktkonzentration durchzudrücken. Aber für das Wochenblatt, so tut er, es sei man an der Seite der Bauern, dann ist das mindestens Bauernfängerei, wenn nicht politischer Betrug, meine Damen und Herren, was Sie hier abziehen. Das ist kein Unsinn, in einem Ausschuss für die Landwirte zu sagen, nein, nein, die Fusion wollen wir nicht, aber im Wirtschaftsausschuss, wo man federführend unterwegs ist, dann die Fusion zu unterstützen, das ist Bauernfängerei in Rheinnatur, aber das beherrschen Sie ja ganz gut. Meine Damen und Herren, nächster Punkt, die ganze TTIP-Geschichte, auch dort marschieren Sie vorne mit, bei genauerem Hinsehen, bei genauerem Hinsehen, merkt doch heute jeder, dass Sie mit Ihrem Pro-TTIP-Kurs hier all das noch verschärfen, was wir ohnehin kaum mehr im Griff haben. Sie sind nicht mehr in der Lage, die Produkte in Bayern zu kontrollieren und wollen dann noch mehr Agrarimporte von Amerika. Da ist dann gewiss der richtige Stempel drauf, wenn wir uns darauf verlassen. Meine Damen und Herren, mit dieser Agrarpolitik kommen wir nicht mehr weiter. Wir Freien Wähler fordern hier die bäuerliche, die mittelständische Sicht mehr zu sehen. Und Herr Brunner, ich würde mir auch wünschen, von Ihnen dazu ein paar Takte zu hören. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir hier sehen, worum es hier geht. Es geht um den Agrarstandort Bayern und da ist vielleicht eine frische Frau Ministerin an der Stelle überfordert. Das werfe ich hier gar nicht vor. Ich werfe es eher den alten Hasen vor. Vielleicht hat man hier einer jungen Ministerin, die gar nicht gewusst hat, wie ihr geschieht, ein paar faule Eier untergeschoben, damit sie sie ausbrüten muss, damit andere in Deckung gehen können. Dankeschön. Frau Kollegin Steinberger. Frau Kollegin Steinberger.